Ein herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 Deluxe mit dem guten Dwayne und ja, wir sind jetzt in der hohe Tafelstadt und ihr werdet euch zu Tode langweilen, das ist 100 CCM. Alter, von mir ist fast nur grün, Alter, von mir ist fast, eins, Mario ist nur, danke Mario, danke du Wichser, Alter. Alle seid ihr grün, alle seid ihr grün. Ihr werdet euch hier zu Tode langweilen, das ist nur 100 CCM, das ist lächerlich scheiße. Miku und ich spielen extra scheiße, weil das langweilt uns halt einfach zu Tode. Genau, wir spielen extra scheiße. Ja, wie sollen wir denn sonst spielen, ich bin dritter und streng mich jetzt gerade nicht mal besonders an. Ja, ich streng mich auch nicht an, ich bin Erster, ne? Was sind denn das jetzt, was sind denn das für Leute gerade, Alter? Weiß ich auch nicht. Ich bin Zweiter, also komm schon. Ist halt echt merkwürdig. Oh, blauer Panzer. Ups, hier geht's ja gar nicht lang, ich dachte, hier geht's lang, das ist Abkürzung. Oh, danke, dass du mir den ersten Platz geschenkt hast, du hast gerade gesackt. Ja, ich hab gedacht, das wäre eine Abkürzung. Wollt ihr nochmal gucken? Ja. Darf ich ja. Ist ja bei 100, ist ja nur 100 CCM. Genau. Da ist das ja egal. Richtig. Oh, und der klaut mir die Doppelbox, der Ivan, der Gute. Oh Gott, Leute, wisst ihr, wie langweilig das gerade für uns ist? Ah. Wenigstens ist bei Miko gerade ein bisschen Action. Also hier vorne ist ziemlich lame. Ein bisschen Action ist gut, Alter. Hier vorne bei mir ist gerade ziemlich lame. Ach, come on, als wenn er mich immer extra krempelt. Ach, es ist so schön, wenn du, wenn man das Spiel auf dem 4K-Fansy zockt, Alter. Dann, oh ja, genau, klau mir meine grünen Panzer, Alter. Läuft. Oh, die hab ich als Schutz gebraucht, jetzt bin ich schutzlos. So, ich überhole mal wieder ein paar. Ja, mach das. Ist ja nur 100 CCM. Sollte für dich gar kein Problem sein. Ja. War es auch nicht. Siehst du. Ist auch kein Problem hier. Ne, auf 100 CCM auf jeden Fall nicht. Das willst du da großartig machen. Ist ja langweilig. Ja. So. Mal hier hoch. Ja, trifft den Blitz. Danke für den Blitz. Loll. Auf und 2. trifft wieder Blitz. Beim Scheißen. Und überholt mich den Stern. Ja, super. Ist es nice, ne? Gut, macht das jetzt nicht so viel aus, aber man weiß ja nicht. Ne, du bist auch weiter vorne, aber ist halt dumm, wenn das so ist, ne? Ja. Also, Leute, sorry für dieses Rennen. Das war der größte Scheiß, Alter. Mit 100 CCM ist das lächerlich. Naja, bin Dritter geworden, aber auch nur wegen dem Blitz. Ja. Und weil du, äh, gedacht hast, da war, da war noch ein anderer Weg, also. Ja, hab ich gedacht, du musst die Strecken ja auch ein bisschen, ab, ein bisschen angucken können, ne? Ja, das hat gesuckt, Leute. Sorry für diesen, für diese langweilige Fahrt. Das war scheiße. Ja, so wirklich, richtig langweilig. So, was gibt's denn für eine Streckenauswahl, wenn ich mal wechseln? Ja, Tick-Tack-Trauma. Nice. Ja, gut, einmal für dich nehme ich die auch, okay? Einmal für dich. So, ich liebe Tick-Tack-Trauma. Extra für dich. Vielleicht wird's da mal ein bisschen spannender. Und bitte nicht 100 CCM. Das wär lame. Ja, bitte nicht 100 CCM. Und zwei sind rausgegangen. Das ist ja Bullshit. Super. Der macht nix. Zwei Nervsäcke weniger. Ja. Nero, hör auf, rumzuheulen, Alter. Oh, bitte nicht diese Flughafen-Stage. Die ist scheiße. Die geht doch auch gut durch. Oh, wenigstens hat einer zufällig gewählt. So, bitte Tick-Tack-Trauma. Drei zu vier. Kann's mal losgehen? Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, was hier kommt. Man weiß es echt nicht. Oh, nein. 100, auch noch 100. Oh, Mann. Mann, was ist das denn mit dieser Hunderter-Scheiße, Alter? Ja. Sorry, Leute, dass wir euch jetzt so... Dieser Part wird so lame, wenn das weiter so Hunderter sind. Ach, guck mal da. Rechts an der Seite steht Galaxy Air. Sorry, Leute, dass dieser Part halt so langweilig ist jetzt. Für Miko und mich macht das auch gerade keinen Spaß, weil 100 CCM zackt halt übelst krass. Ist halt so. Was wolltest du? Kann auch nicht ballern, du Spaß, die, Alter. Ja, wenigstens ein bisschen Action. Aber... Ach so. Ja. Was los? Was getroffen? Das zackt halt, Alter. Verpiss dich, Mario. Ja, feuer deinen roten Panzer noch ab, Alter. Und ich weiß da nicht, was Miko da vorne macht, aber warum er gegen die Wand fährt, aber... Naja, was soll's. Weiß ich auch nicht. Manchmal frage ich mich auch, was ich tue. Ja, das ist eine gute Frage, ne? Manchmal weiß ich es selber nicht. Oh, das ist so lame, Alter. Es ist so langweilig. Sorry, dass wir... Loll! Sorry, dass wir uns jetzt gerade nur aufregen, Leute. Das ist echt... ...larm. Ey, immer hab ich dich mit dem Grün getroffen, ne? Immer hab ich dich mit dem Grün getroffen. Ja, wenigstens... wenigstens so ein bisschen Action, ne? Wenigstens so ein kleines bisschen. Wenigstens passiert hier mal so ein bisschen was. Man muss ja ein bisschen Action reich geben. Ja, eben. Was mach ich hier eigentlich? Was mach ich hier? Ich hab keine Ahnung, was du machst. Was macht genau? Was machst du da eigentlich gerade? Oh Gott, überhol nicht den Yoshi. Der Yoshi hat einen Schei. Ja, genau! Oh, Mann. Player, Alter. Was soll denn da? Wer soll ich? Ach so, das war's. Ich war das. 1A geworfen. 1A mich abgeknallt hast du, ja. Ja. Und man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, schluckt meinen roten Panzer, Alter. Damit deiner mal verschwindet. Oh. Ja, genau. Grüner Panzer, Alter. Oh, das zackt so krass, Alter. Wenigstens mal ein bisschen Action hier in 100 CCM. Kann ich angehen. Oh Gott. Ich will Rosalina nicht überholen, die hat einen roten Panzer. Das wird gefährlich. Ja. Gefährlich. Und gerade, weil ich 10 Münzen habe und Münzen sammeln wichtig. Fick dich doch, wo Glück gehabt. Ich dachte jetzt, da wirft wieder jemand einen roten Panzer, aber... Ach, Mann. Ich wollte dich nicht treffen. Das habe ich nur aus Versehen gedrückt. Sorry, ich dachte, ich kriege eine Mütze. Nein. Ich dachte, ich kriege eine Mütze. Genau, was ist aus Versehen. Ja, ohne Scheiß jetzt. Das war wirklich aus Versehen. Ja, natürlich. Glaube ich dir aufs Wort. Bitte glaub mir. Das war echt aus Versehen. Ja, alle klar. Oh, Mann. Warum glaubt mir nie jemand? Ach, das zackt krass, Alter. Ach, Mann. Das zackt so übelst, lol. Und erster. Schon wieder. Lol. Ich habe gerade gesackt am Ende. Aber auch nur, weil ich scheiß Items bekommen habe. Und getroffen wurde. Wieder 100 CCM. Oh, Mann. Das ist so kacke, Alter. Man sollte sowas vermeiden, ne? 100 CCM ist echt langweilig. Wenn dann 150. Das geht immer ganz gut durch. Mindestens 150. 200 CCM ist mir schon wieder zu schwer. 200 CCM, darauf sind die Strecken auch gar nicht ausgelegt. Das merkt man auch. Kumuweide auf jeden Fall. Kumuweide ist nice. Ja, Kumuweide muss auf jeden Fall dran kommen. Ja, genau. Und deswegen hast du sie auch nicht genommen. Genau, weil es ist, weil halt, ne, die Strecke Marios Piste da war ganz am Anfang. Das merkte ich einfach, habe ich einfach gedrückt. Oh, Gott. Fünfmal Marios Piste und viermal Kumuweide. Schade. Sechsmal Marios Piste. Oh, oh, Gott. Das ist ganz so übel, Alter. Die sind ja entscheiden konnten einfach. Ja. Gut. Bin mal gespannt. Mal gucken, was dran kommt. Oh, Mann. Oh, nö. Schon wieder 100 CCM, oder was? Was ist das denn heute? Was ist das denn heute? Wahrscheinlich, weil nur Tausender mitspielen, Alter. Der Einzige der 5000er bist du. Stimmt. Das sagt doch krass. Warum musste ich auch den Raum auswählen? Du hättest den auswählen sollen. Ne, dann kommen so viele unfaire Leute rein. Ja, aber guck mal, was wir jetzt fahren. Wir fahren die größte Scheiße, Alter. Die sind alle um Welten besser als die. Nur weil ich auf meinem YouTube-Account noch nicht gespielt habe mit dem Mario Kart, Alter. Dürfen wir uns jetzt die Kacke antun. Ja, leider ist das so. Ja, überholt mich alle. Macht mir wenig aus. Ist eh nur 100 CCM. Scheiß drauf. Ja, sorry. Das fuckt mich mehr ab, als wenn ich abgeknallt werde oder sowas. Echt jetzt? Ja. Hier, kriegst du einen roten Panzer, lol. Ich hab einen Turbo-Pilz gehabt, lol. Ja, genau. Ach, du wirst auch die ganze Zeit abgeknallt, lol. Ja, natürlich, immer. Läuft, ne? Anders geht es nicht. Anders ist nicht möglich. Ja, ich bin dritter. Vom siebten auf den dritten Platz auf einmal gesprungen. Oh Gott, ich hab gesackt. Ja, das passiert, wenn man falsch bremst. Und ich treffe dich mit meiner eigenen Feuerkugel. Läuft. Läuft richtig gut. Und da kommt ein roter Panzer, aber nicht gegen mich. Ah, der hat die Banane. Ja, genau. Zockt mir meine Pilze ab. Gerade, wenn ich über den Sand fahre, Alter. Das ist so typisch, ne? Und dann auch gerade mir, Alter. Keinem anderen. Natürlich mir. Natürlich. Du hast es auch am meisten verdient, denke ich mal, ne? Ja, danke. Wofür hab ich das dann verdient? Ey, frag mich nicht, du. Frag mich nicht, du. Dafür hab ich einen goldenen Turbo-Pilz gehabt. Geil. Bin jetzt schon wieder auf dem sechsten Platz. Oh, fickt euch doch mit euren scheißgrünen Panzern, Alter. Könnt euch das... Oh, ja. Erlasten gerade. Also jetzt werd ich grad... Ich werd jetzt grad nur abgeknallt. Bombe! Bombe! Oh Gott, ist das beschissen, Alter. Weil die läuft gerade richtig gut, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich bin noch sechster geworden. Das ist 110 cm, ist das. 110 cm, Alter. Nice. Ja, aber ich krieg... Ich krieg wenigstens noch Pluspunkte, also von daher. Ja, ja. Gib mir wenigstens... Gib mir wenigstens... Gib mir wenigstens... Punkte, damit wir jetzt schnell auf 150 cm kommen. Ja, bitte. Oh, instrumental pisst du los. Aber auch nur, weil du es bist. Ja. Oh, nicht schon wieder. Ich will nicht den scheiß Flughafen. Der zackt halt übelst krass. Aber auch nur, weil du es bist. Oh, Mann. Mann. Und bitte, bitte, 105... Bitte, wir Miku-Strecke. Dann ist das nämlich 150 cm. Meinst du? Ja, 100 pro. 100 sicher, dass es dann 150 ist. Aber dann kommen sie alle nicht klar, weil es zu schnell ist. Das ist mir doch Wurst. Wenigstens ich hab Action, Alter. Scheiß auf die anderen. Kann mal... Können die beiden Randoms jetzt mal auswählen? Danke. Die beiden Randoms. Bitte, Miku-Strecke. So, Flughafen, bitte. Das zackt. Oh, ja. Oh, 100. Instrumentalpiste ist eine geile Strecke, aber nicht auf 100 ccm, Alter. Also läuft. Das läuft bei dir wirklich. Du bist ja... Du klingst ja richtig begeistert. Ist ja unfassbar. Ja, ich würde niemals auf 100 ccm fahren. Das zackt halt so übelst krass. Tut mir leid. Da darf man sich doch wohl mal aufregen als Mario Kart Spieler. Nur weil... Nur weil ich tausend... Nur weil ich tausend Punkte hab, fahren wir jetzt mit der Scheiße, Alter. Fall runter, Link. Du Mistgeburt. Guck mal, wie die Leute alleine schon sacken, Alter. Echt? Ich weiß nicht. Ich kann... Ich guck durch. Ich bin ganz vorne. Da ist mir egal, was hinter mir passiert. Ich kann dir das aber gerne berichten. Die Leute sind halt echt scheiße und die strengen mich nicht mehr an und ich bin sechster, Alter. Was ist das? Hier, schluck, Alter, du Wichser. Oh, Gott, zackt mich das an, Alter. Du Penispumpe, Alter. Mich hat eng als Rende, mir Parler überholt. Du kannst dich mit deinem Bumerang ins fucking Knie ficken, Alter. Fahr in meine Banane rein, Alter. Oh, Gott. Ein Japaner. Sorry, dass ich mich grad so aufrege, aber ich langweile mich wirklich zu Tode. Das ist kein Witz. Ja, genau. Mich hat's in Japaner überholt, das ist nicht nett. Dreierrot, Kugelvilly trifft mich, ich bin Achter. Vorsicht, erster Bomber. Ja, blauer Panzer, meine ich. Erster Bomber ist ja mein Begriff dafür. Ja, genau. Guck mal, das siehst du nachher in meinem Part. Ich hab so ein Pech. Sammle grad ein Doppelkit ein und dann trifft der Blitz. Und dann trifft sich der Blitz beim Scheißen. Ja, genau. Aber trotzdem, guck mal, ich fahr nicht mal besonders gut und bin Vierter, Alter. Bei mir ist das ja gelustig. Deine wollte mich überholen lassen, weil der blaue Panzer kam. Ja. Und weißt, was passiert? Was? Der trifft ihn trotzdem und ich hatte noch so ein Ding. Da kommt noch ein blauer Panzer. Nice. Da freut er sich grad richtig tierisch. Nice. Tut mir leid, Player. Der denkt sich auch so, loll. Guck mal, ich bin jetzt auch schon wieder Dritter, Alter. Nice. Das läuft bei dir. Ja. Und dabei fahr ich nicht mal besonders gut oder sowas. Bei mir ist das Kopf an Kopf rollen mit so einem Japaner. Echt? Naja, nicht mehr. Den Japaner knall ich grad mit roten Panzern ab. Echt? Jetzt bin ich nämlich vor dem Japaner. Oh, scheiße, blauer Panzer. Tschüss. Nein. Nein. Das ist immer so echt. Das ist so schlecht. Es ist halt so schlecht. Es ist halt einfach unfassbar schlecht. Ich hätte dich noch vor dem blauen Panzer überholt, aber dann hab ich den gesehen und hab gebremst. Es ist halt so unfassbar schlecht. Ja, geil, Alter. Wenigstens noch so ein bisschen Action, Alter. Das ist einfach unfassbar schlecht. Das ist so typisch Mario Kart, Alter. Ja. Das ist unfassbar. Was hier wieder geboten wird bei uns, ne? Ja, und, äh, Joschital. Oh, Joschital. Du auch? Ja, Joschital ist der Beste, Alter. Oh Gott. Und bitte jetzt Miku-Strecke, dann haben wir nämlich 150 CCM. Ja, bitte. Nichts, was nachsicht. Viel Glück, Alter. Viel Glück, ey. Lass uns noch warten. Wir haben noch Zeit. Ich geb mein Bestes. Ja, fick dich, Joma. Oh, bitte, Joschital. Bitte, Joschital. Oh, jetzt sollen mal die anderen drei Randoms wählen, Alter. Ja, die wählen halt nicht. Denken sie so, Alter. Die lassen wir warten. Die müssen ja cutten. Zu Not. Falls. Ne? Ja. Bitte, Joschital. Das wär ganz nett. Ich wär auch... Oh, das sieht schlecht aus. Nein! Oh! 100. Ich hab mich schon gefreut. Dann ist mir aufgefallen, 100. Oh, das wird lame. Wieder mal. Ja, ich bin gerecht. Der erste Platz trüb, macht mich auch nicht froher darüber. Es kommt mir so vor, als hätte ich den nicht verdient. Sondern ich krieg den ersten, zweiten oder dritten Platz kriegst du auf 100 CCM geschenkt, Alter. Sorry. Ja. Ist halt so. Ja, leider. Aber was willst du machen, ne? Kannst nix machen. Ja, eben. Ja, genau. Warum roter Panzer, Alter? Joma, du Missgeburt. Komm damit, komm damit, klar. Ja, auf jeden Fall. Was willst du auch anderes machen, ne? Geht ja nicht anders. Oh Gott. Wieso? Es hat mich doch nichts angefahren, Alter. Natürlich kommt da ein fucking Donkey Kong, Alter. Donkey Kong? Dieser fette Affe, Alter. Ja, so läuft das, ne? Ja, ich hab grad wirklich überhaupt keinen Spaß an Mario Kart. Sorry. 110, das Beste, was geht, ne? Ja, ich fahr über Gräser, ich, und guck einfach zu, wie sich die, äh, Anfänger da hinten alle abknallen, Alter. Sorry. Das ist, das ist grad witziger als das gesamte Rennen. Egal wie doof das klingt. Also, bei dir läuft grad die Action, ne? Also, ich bin Zehnter, ne? Bei mir läuft krass. Du bist Zehnter? Alter, du kriegst ja die, die, ne? Also, die besten Spieler grad hinten mit. Ja, eben. Ich hab hier das reinste, ich hab hier das reinste Kinovergnügen, Alter. Das glaubst du gar nicht. Die Leute hier gehen richtig ab und zacken selbst mit Sternen noch. Muss man auch mehr, muss man erst mal schaffen, das ist ja auch ne Kunst. Echt so, Alter. Aber der Tod, ne? Der Tod, guck mal auf die Karte. Guck mal, ich hab, ich hab mich nicht mal angestrengt und bin jetzt schon wieder Dritter, Alter. Ja, man brauchst ja auch nicht mal anstrengen. Ich warn dich, falls Arthur, ich warn dich, falls Arthur dir was abschießt. Oder so. Ja, der warnt mich. Kann ich nicht mehr, ich seh Arthur nicht mehr, sorry. Mach nix. Ja, du kannst dich mit deinem roten Panzer ins Knie ficken, Alter. Oh, das muss doch immer sein. Boah, verpiss dich, Alter. Man sieht doch nix. Ja, dankeschön. Und da hat mich der Blitz beim Scheißen getroffen. Der dir erwischt. Oh ja, und da kommt natürlich noch ein Kugel, Willi, Alter. Immer in der letzten Runde. Ja, und ein Bomb-Omp, Alter. Geile Sache, Alter. Ich bin richtig begeistert gerade, Alter. Ich sag's dir aber. Nee, zur Erste geworden. Ja, ich werd Sechster. Scheiß drauf. Ist eh nur 100 CCM. Ja. Aber immerhin Punkte. Immerhin Punkte. Ich krieg ja so oder so Punkte noch. Glaube ich. Siehst du? Ja. Jo, stimmt. Fast so viele wie du. Sogar ganz gut eigentlich. Ja. Traurig ist das. Sogar ganz gut eigentlich. Sogar eigentlich ordentlich. Ordentlich. Ja, traurig. Bitte, Miku-Strecke. Bitte. Dann haben wir 150 CCM. Ja, bitte. 150 CCM. 150 CCM bringt bei Excitebike. Bisher ist lange am meisten Spaß. Wer ist denn dieses Froschgesicht, Alter? Wer ist denn dieses Froschgesicht da unten? So, bitte. Na, das wird nix. Oh, Mann. Es ist so lang. Lame. Ich bin am überlegen, ob wir den Part wieder löschen, Alter. Nee, diesmal nicht. Ist ja lustig. Da ist gar nichts lustig dran. Es ist alles langweilig. Es ist 100 CCM. Was willst du erwarten? Das einzige, was lustig daran ist, wie ich mich aufrege. Im nächsten Part. Darüber, dass es 100 CCM ist. Im nächsten Part nehmen wir auf jeden Fall. Dann gehe ich jetzt erst in die Lobby rein. Ja, bitte. Ich wollte die Beine an den Schmeißen. Och, bitte, Leute. Gebt mir wenigstens ein bisschen Action. So wie eben gerade, wo ich Sechster geworden bin. Das war wenigstens etwas. Ja, da kommt mal ein roter Panzer. Oh, der war aber nicht für mich. Das ist traurig. Für mich war der auch nicht. Oh, fuck mich das Abfall da. Und hast du Banane? Ich hab eine Banane, ja. Ich kriege auf dem zweiten Platz eine Münze. Nice, ne? Ich will auch nicht. Ja, wirf mich ruhig Abfall zum Keil, falls du was anderes als eine Münze gekriegt hast. Ja, ich schmeiß dir gleich eine Münze zu. Ja, gute Idee. Guck mal, ich kriege auf dem ersten eine Münze. Wer hätte es gedacht? Geil. Nice. Geil, weißt du, was ich habe? Roter Panzer. Nice. Wow, ne? Das ist doch krass, ne? Ich weiß. Schnell mal die Münze einsetzen. Oh Gott, irgendwas ist in meine Banane gefahren. Der ist denn so doof, Alter. Frag nicht, frag nicht. Wer hätte es gedacht? Ich bin ein bisschen ein Panzer. Hier, schenke ich euch, Leute. Ich muss Miku nicht abwerfen, weil für uns ist das eh Langeweile pur. Ja, wir schaffen hier alles. Wir sind die Kings. Ja, oh Gott. Und da kommt ein roter Panzer für mich. Ha, ich bin aber in eine Banane reingefahren. Oh, blauer Panzer. Nice. Na, ich bin extra angehalten deswegen. Nice. Sorry. Nice. Echt jetzt. Läuft gut, ne? Das läuft hardcore, Alter. Ich habe eine Münze gekriegt. Wer hätte es gedacht? Geil. Läuft. Wie eine Banane. Krass. Auf dem zweiten, ne? Krass, eine Banane, Alter. Auf dem zweiten, dann brauchen wir nicht am meisten, ne? Echt so. Man kriegt doch immer Bananen, Alter. Bananen sind das seltenste Item der Welt. Die kriegt man nämlich so gut wie nie. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Dann, wenn man sie braucht, bekommt man sie nie. Ja, richtig. Und wann brauchst du sie? Nie. Stimmt. So. Dann lass uns langweilig ins Ziel fahren. Ja. Immerhin habe ich noch eine Münze. Oh, der blaue Panzer trifft dich. Schell da hinten. Nö, trifft mich nicht mehr. Leute, trifft mich schon, aber ich war halt schon im Ziel. Ja, bringt ihm nichts. Und Wario fährt noch in irgendeinem Panzer rein oder so. Oh, das zackt doch. Guck mal, wie langweilig das war. Hier ist nichts passiert in diesem Rennen. Nichts. Ja, also wir sind gefahren und... Wir sind gefahren. Toll. Uh. Und wir haben auch hier getriftet. Uh, super. Oh, Excitebike. Und wir haben, äh, Items geworfen. Bitte kein Babypark. Bitte kein Babypark, Alter. Wer wählt denn bitte schon Babypark, Mann? Seid ihr Babys? Ernsthaft? Babypark? Muss das sein? Oh, Mann. Babypark sackt halt übelst. Babypark ist die... Babypark ist die... Das ist sarkastisch gemeint. Babypark ist die... Das ist sarkastisch. Baby... Ja, deswegen ist er auch rausgegangen. Babypark ist die einzige Strecke, die scheiße ist. Ja, ich meine, wer wählt das auch denn? Das bringt auch keinen Spaß, die Strecke. Das ist einfach nur Gespämme pur. Ja. Und ich bin meistens da Erster. Das sind... Da... Wir alle... Lass uns alle überrunden und dann dem Schauspiel zugucken. Genau, wir lassen uns alle überrunden. Bitte Excitebyte Mico XC. 100. 100. Das ist 100. 100! Nice! Nice ist das, Alter. Wir haben nur Franzosen hier in der Gruppe. Lohnt sich, Alter. Lohnt sich. Machen richtig Werbung für unseren deutschen Kanal. Richtig krass, Alter. Glaubt man kaum, ne? Ernsthaft. Nächstes Mal startest du die Lobby, Alter. Egal, wie scheiße das Rennen dann auch wird. Alles ist besser als diese Kacke, Alter. Das stimmt auch, ja. Sorry. Das einzige Match, was sich hier geliefert wird, ist zwischen dir und mir. Und wir liefern uns kein richtiges Match, weil uns das abfuckt, Alter. Fall runter, Link. Genau. Dann kommt dir wenigstens ein bisschen Leben in die Bude, Alter. Kann ich angehen, die Kacke, Alter. Gib mir ein Tor, gib mir einen Torbopilz. Das macht's nur spannender. Guck mal, ich überhole den, Alter. Obwohl ich nichts hab. Bei mir ist gerade echt scheiße gelaufen. Echt? Ja. Ich hab irgendjemanden abgeknallt. Haha, Link fährt in meinen Panzer rein. Link, du bist ein Idiot. Voll Idiot, ne? Ernsthaft. Die kann man nur... Jetzt mal ohne Scheiß. Was bringt dir bei 100 CCM auch noch die Münzen, Alter? Oh Gott. Fuck die Bombe. Ja. Hab ich auch gerade gedacht. Fick die Bombe, Alter. Ja, und da trifft mich der Blitz beim Scheißen, Alter. Du kackst in dein K-Art rein? Ja. Definitiv. Und da kommt der Red Shell, aber nicht für uns. Gott sei Dank nicht für uns. Das wär ja übel gewesen. Ja, eben. Sonst hätten wir uns ja... Mach auf, war, Luigi. Oh Gott, kannst du aufhören, die mit dem Match zu liefern? Den einfach abziehen, Alter. Ja, der nervt halt, der nervt. Kann ja nicht angehen, die Kacke hier, ey. Echt, ey? Ich bin 100 CCM und dann denkt er, war Luigi, wer er ist. Hier, schenke ich euch einen Bombe, Alter. Könnt ihr fressen gehen, Alter. Braue ich mich. Nicht du, hinter mir. Ich hab den nach hinten geworfen. Achso. Das ist nett. Man sollte immer an die Nachtwelt denken. Oh Gott, was hat mich denn jetzt wieder getroffen? Ja, Feuerbälle. Natürlich, Alter. Und dann auch noch ein grüner Panzer, oder was? Der aber leider nichts gebracht hat, Kollege. Kommt noch. Gründer Panzer kommt noch irgendwann. So, verreckt noch, Alter. Der trifft mich auch noch, ich sag's dir. Der trifft mich auch noch. Ja, ich bin vierter. Mein, das ist das Rennen spannend gewesen. Das ist so spannend. Das war so spannend. Ich bin vierter geworden, Alter. Spannung pur. So, ein Rennen machen wir noch und dann ist das Ding durch, Alter. Kein Bock mehr. Ja, ein Rennen können wir noch machen, ja. Dann haben wir ein bisschen mehr als 30 Minuten voll und dann passt das. Ja, da freut ihr euch, ne? Da freut ihr euch. Ich spreche mit euch, Zuschauer, da freut ihr euch. Da freut ihr euch, echt so, oder? Ich freut mich sehr. Da freut ihr euch. Da freut ihr sich richtig einen Keks von. Richtig langweilige 100 Regenbogenboulevard. Nee, bitte nicht Regenbogenboulevard. Bitte Regenbogenboulevard. Ist mir scheiß, ach, was ist mit los, Leute? Ja. Ist mir scheißegal, was es ist. Weißt du, warum jetzt den Regenbogenboulevard, da kommt vielleicht wenigstens etwas Spannung auf. Was für Spannung? Ich hab keine Bock, unterzufallen. Bei 100 CCM, Alter. Aber bei 100 CCM. Du hast ja zum Glück Zufall genommen. Ja, ich hab zum Glück Zufall genommen. Vielleicht kommt ja Regenbogenboulevard bei dir dran. 150 CCM. Nice. Der nimmt die Animal Crossing Strecke, Alter. Wieso auch langweilig? Bitte Regenbogenboulevard, bitte. Mico XC, Zufall, Regenbogenboulevard. Oh, und dann auch noch 100, was? Was? Ja, das passt dir wahrscheinlich den ganzen Lobby an. Oh, das ist so krass. Es ist halt Bullshit. 100 CCM. Ich bleib stehen. Nein, man muss schon verifahren. Du fliegst nachher nur raus. Gut, ich bewege mich jede Sekunde ein Zentimeter schneller. Okay. Dann mach das. Ich will keine Punkte verlieren. Ich verliere zu viele Punkte sonst. Oh, das suckt doch einfach, Alter. So macht Mario Kart nun echt keinen Spaß. Sorry. Ja, du findest das ganz lustig, wenn ich mich über 100 CCM aufrege, ne? Es ist halt echt langsam. Es ist halt echt langsam. Ja, echt langsam ist gar kein Ausdruck. Das ist für Schnarch-Tanten, Alter. Ja. Guck mal. Ich muss mich nicht mal anstrengen und halt mit den vordersten mit. Das sah, als wir 150 gefahren sind, noch ganz anders aus. Stimmt wohl. Danke. Den zweiten Platz. Ja, ich hab dir einen Bomben, die zwei neben, hinter dir oder so mit roten... Ich hab gewartet, bis der eine, der andere mit roten Pass abgeschmissen hat und dadurch den einen mit roten Pass abgeschmissen hat. Genau. Roter Panzer geht einfach an dem ersten vorbei. Gute Sache, Alter. Ja. Blauer Panzer. Blauer, Blue Shell. Rot, Blau. Nice. Was denkt der, was denkt der, wer ist? Ich hab keine Ahnung. Sie traut mich zu überholen. Hat Pech, aber da kriegt er mich gleich mit dem roten Panzer reingeschmissen. Ey, ich würde mich trauen, dich zu überholen. Du traust dich was? Du traust dich? Aber sicherlich traue ich mich. Ich glaub nicht, dass so in Ordnung wird. Findest du nicht? Also, ich fand das sehr in Ordnung, dass ich dich jetzt gerade überholt hab. Ach, fick dich doch. Oh ja. Da trifft mich auch der Blitz. Da trifft mich der Blitz, Alter. Oh, ist so behindert. Ja, manchmal muss das so sein, ne? Ja. Mario Kart at its best, Alter. Wer hat den scheiß roten Panzer abgeworfen? Fuckin' Baby-Rosalina. Ja. Die drei Bananen. Baby-Rosalina suckt halt, ne? Was willst du machen? Wer es wagt, mich zu überholen, der trifft der Fluch beim Scheißen, Alter. Der Fluch? Der Behufe. Och Mann, hört auf, rot-grüne Panzer zu spammen, Alter. Was seid ihr? Anfänger. Ja, wer's bäbten gleich alle hintereinander? Das ist doch dumm. Ist es auch. Man sollte sich die eigentlich aufsparen. Hm, rot. So, ich bin erster, fertig. Rot. Rot. Och Mann, dieser scheiß Spastier mit seinen Sternen hat den roten Panzer aufgehangen. Jetzt wird der Blitz. Und jetzt überholt mich noch jemand. Und jetzt kommt noch eine Rakete angeflogen. Und blauer Panzer. Was ist los mit euch? Ich bin siebter geworden. Oh, scheiß, Alter. Oh, nein, Alter. Schöne letzte Runde, ne? Action. Nice, Alter. Richtig. So, das war's auch, ne? Das war's auch jetzt. Das war's. Ich hab... Zum Schluss noch ein bisschen Action. Ja. Bei solchen langweiligen Runden... Leute, es tut uns leid. Wir haben nicht damit gerechnet, dass wenn ich die Lobby aufmache, dass wir dann nur 100 CCM fahren. Das ist eine absolute Scheiße. Sorry für diesen etwas langweiligeren Part. Im nächsten Part wird's wieder actionreicher und wir regen uns doch wieder mehr auf. Ja, ich übergebe das Wort an Miko XC nochmal und sag... Tschüss. Tschau. Vielen Dank für das Zuschauen bei Mario Kart 8 Deluxe Online mit Miko XC. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und schreibt mir in die Kommentare, was ich besser machen kann und welche Projekte ich sonst noch machen soll. Wollt ihr noch mehr von Mario Kart 8 Deluxe Online mit Miko XC sehen, dann drückt doch auf nächster Part. Oder auf die Playlist, um alles automatisch abspielen zu lassen. Sollte der nächste Part allerdings noch nicht hochgeladen sein, dann drückt doch auf den Fekist-nicht-zu-abonnieren-Button, damit du nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.